Du musst nicht irgendwelchen Vorgaben entsprechen, der Beste in einer gewissen Disziplin sein oder irgendwelchen Jahrhunderte alten Traditionen gehorchen. Du kannst einfach sein, so wie du bist. Das waren ein bisschen viele Informationen auf einmal. Es dauerte einen Moment, bis ich etwas erwidern konnte. Ach ja? Wie fändest du es denn, wenn deine Mom dir ständig damit in den Ohren läge, du mögest endlich heiraten, warf ich den Ball zurück ins Spiel, obwohl ich genau wusste, wie recht Matt mit seinen Worten hatte. Aber ich wollte ihm das Gefühl geben, dass es bei uns nicht nur eitel Sonnenschein gab. Wenn meine Mom schlechte Laune hatte, war es besser, man ging ja meilenweit aus dem Weg. Und was das Thema Heiraten und Kinder anbelangte, reden wir besser nicht darüber. Was glaubst du denn, warum ich bei Holly Match ein Date für den heutigen Tag gesucht habe? Wir sollten uns nicht darin zu übertrumpfend versuchen, wem es schlechter geht. Ich kenne deine Eltern ja nicht mal. Es tut mir leid, falls ich dich direkt oder indirekt mit dem Besuch bei meiner Familie in irgendeiner Weise getriggert habe. Schon im nächsten Moment setzte Matt seinen Blinker und fuhr links ran. Ich bin ein solcher Idiot. Bitte verzeih mir. Ich wollte… Es war nicht meine Absicht, mich mit dir zu messen. Das war so kindisch von mir. Bitte entschuldige. Während er das sagte, löste er die Hände vom Lenkrad und sah mir direkt in die Augen. Sein Blick war ehrlich und aufrichtig. So, wie ich ihn schon des Öfteren an ihm wahrgenommen hatte. Es bestand kein Zweifel. Er meinte es ernst. Willst du darüber reden? bot ich ihm an. Mir war klar, dass mein Vorstoß auch nach hinten losgehen konnte. Da ich jedoch nicht hoffte, erst bei meiner Ankunft mit dem konfrontiert zu werden, was Matt offenbar so zusetzte, versuchte ich mein Glück. Und das war das Wetter von der Rundfunk. Ich kann mir das auszulegen. Ich kann mich zu Hause vergessen. Ich will drücken. In dem Fall. Ich kann mich zu Hause aufhalten. Ich kann mich zu Hause Hause. Ich komme aus.